Wir alle sehnen uns manchmal nach mehr Liebe und Zuneigung. Dabei kann man schon mit kleinen Gesten im Alltag seinem Gegenüber eine Freude machen. Hier sind vier einfache Ideen. 1. Unerwartete Komplimente Wann hast du das letzte Mal jemandem ein Kompliment für sein Outfit oder sein Make-up gegeben? Mit Sicherheit wird sich dein Gegenüber darüber freuen. 2. Umarmungen Manchmal wollen wir einfach festgedrückt werden und die Nähe einer anderen Person spüren. 3. Zuhören und Nachfragen Ein einfaches, wie geht es dir und ein ehrliches Gespräch kann schon den Tag retten. 4. Persönliche Aufmerksamkeit Es gibt kaum ein schöneres Gefühl, als wenn sich jemand, den du magst, an Kleinigkeiten und Details von dir erinnert. Übrigens, diese kleinen Liebesgesten können sowohl in einer Liebesbeziehung, aber auch im freundschaftlichen Kontext für mehr Nähe und Geborgenheit sorgen. 4. einer D parece gut, die gibt es einen charm, ein Gefühl, nachdeminformat Identun Brooklyn.